das sind cornelius und lucio von la siesta die beiden zeigen euch wie ihr das patentierte aufhänge set tree rope von la siesta verwendet mit einem ganz besonderen haken dem verstellbaren smart hook zum set gehört außerdem ein polyesterseil mit zwei metern länge zum befestigen brauchst du nur deinen hängestuhl und einen baum der stark genug ist um dein körpergewicht zu halten du knotest das polyesterseil um den ast und hängst den hängestuhl in den stabilen smart hook fertig übrigens mit dem smart hook kannst du auch ganz einfach die aufhänge höhe deines hängestuhls einstellen und bei schlechtem wetter hast du deinen hängestuhl blitzschnell wieder abgebaut und 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 Bis zum nächsten Mal.